Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Gmail unsere Sprache ändern können. Das ist im Prinzip auch wirklich sehr, sehr einfach. Dafür klicken wir als allererstes einmal oben rechts in der Ecke auf dieses Zahnrad und öffnen dann hier einmal alle Einstellungen. Als nächstes können wir dann direkt schon bei dem Punkt Allgemein bleiben und hier haben wir dann ganz oben als erste Option die Sprache und hier haben wir dann die Anzeigesprache für Gmail. Ihr seht es, ich habe hier gerade Deutsch ausgewählt. Wir können einfach hier mal auf diese Box klicken und dann öffnet sich hier schon eine Liste mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen. Hier sollte also wirklich für jeden das Richtige dabei sein. Ich wähle hier jetzt mal Englisch US. Soweit wir das ausgewählt haben, ändert sich aber erstmal noch nichts. Was wir stattdessen machen müssen, ist, dass wir noch einmal ganz nach unten scrollen und dann haben wir hier unten den Punkt Änderungen speichern. Da müssen wir jetzt noch einmal draufklicken und das Ganze sozusagen bestätigen. Ihr seht es, jetzt ist bei mir bei Gmail eben alles auf Englisch gestellt. Wenn ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann werde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!